Hallo YouTuber und YouTuberinnen! Heute habe ich meine wunderschönen neuen Sticks bekommen. Die Verpackung ist schonmal riesig groß und schon aufgemacht. Ein Haufen Luftpäußer. Das sind Carbon-Steaks oder besser gesagt Carbo-Steaks. Joa. Mal auspacken. Millennium 7a Regular Carbo-Steak. Das Material ist sehr handlich. Alles wunderbar. Da steht auch drauf im Internet auf www.thoman.de Da habe ich sie auch her. Dass die Schweizerweizen sind. Ich weiß sie noch nicht genau. Ich habe damit noch nicht gespielt. Aber, ja. Ich werde es jetzt auch bald tun. Und ja. Das sind sie. Wie lange, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, das sind... Ja, wenn ich jetzt schätze, so ungefähr 15 cm. 20-15 cm. Ungefähr so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Kopf. Ist eierförmig. Der Stick ist eigentlich für sich selbst eigentlich nur Heavy Metal gedacht. Habe ich mir dafür bestellt. Weil mein Schlagzeugtrainer die auch hat. Deswegen. Sehr cool aus. Auf jeden Fall. Alles klar. Viel Spaß noch. whitesau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Vielen Dank.